Willkommen zu einem neuen Part von No2 Path of the Ninja 2 Ist man jetzt mal stehen geblieben in diesem Kampf Musste den letzten Part leider beenden, weil der sonst viel zu lange geworden wäre Aber gut, jetzt machen wir hier weiter Machen wir das einfach Juh, sogar schönen Schaden Ja, das ist die Der macht die Test-Juzyos grad sehr schön, so wie die da stehen Lalalala, drehen, drehen, drehen Nein Okay Ich hab's jetzt noch ganz knapp geschafft Och, so So, die zwei sind weg Komm mal nach vorne Angriff Au Okay Wurde eigentlich Juh noch ein bisschen benutzen, aber ich glaub ich freu jetzt doch Ich brauch jetzt doch Sakuras und heilen Ähm Ich geh nicht mehr Nein, nein Ne, ich wechsle jetzt doch nicht, ich werd sie da stehen Einfach wieder Haju zu zwei Auf alle Auf dich, auch wenn du's nicht brauchst So Du, du kannst erstmal Schipps fressen Angriff Angriff Kiebers Angriffe noch erhöhen So Angriff 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 Ich mach's jetzt mal auf die Umkommensitziertart nummerweise, na Leute Sonst, was war das hier zu nervig So So langweilig So langweilig Angriff Komm, das kann ich doch nicht lange durchschalten So langweilig Ja Ich mach's mal wieder, hä So Komm, stirb Getsch 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 hmmm oh shit das war schlecht okay kann ich nicht sterben jetzt wird ja auch gezeigt wieder 8000 oder ja gut oh sakura 29 ok ja ja kommt so das war ja gemacht oh ok so jo jetzt aus zu diesem Dingsterbumster und ich habe jetzt Hinata in der Gruppe Team Party wie auch immer ähm nein das wollte ich jetzt nicht wissen ich wollte hmhm da machen wir noch mal Hinata in die Gruppe nochmal hier das ganze Team was für den Team waren die nochmal welche Nummer hatten die ich glaube Team 8 oder ich hoffe dass das so war Team 8 oder 9 naja egal ähm das ist der Kuro ich glaube es scheint jetzt die stärkste darum ja falscher Knopf ist das ganz toll wechsle ich sie meinem komm wir machen ihn nochmal wieder ins Team so wie gesagt ich will gleichmäßig trainieren gucken wir erstmal was hier drin ist ok jetzt gehen wir nochmal kurz zurück und speichern hier oder so zur sicherheit noch weiß ja nie was passiert ne ops das ist nicht speichern das hier ist speichern so dann wollen wir doch mal ähm ja stimmt ja ich habe Item vom letzten Pad bekommen das hieß Rasing Gun ähm aber ich glaube hier findet man es nicht oder nö was ist das hier alles ich glaube ich habe auch neue Ausrüstung bekommen ähm jetzt mal die Ausrüstung überprüfen wir mal was hast du denn so wie farblich was dabei was besser für dich ist das kriegst du guck mal hier auch gleich mal ähm ja ist ok was hast du so für dich habe ich jetzt wahrscheinlich gerade für alle hatte ich was nur für dich nicht nö dasselbe ja gucken wir mal nach hier bei Naruto weil da war was mit Rasing Gun hmm ok ähm wer es zuerst hat der darfst behalten gucken wir noch bei Jutsu's oh ich habe Item bekommen mit simpatives Rasing Gun ach deck mich was soll's gut schauen wir uns hier ein bisschen um ähm die Position gefällt mir noch nicht ganz so Angriff mach mal das Wasserjutsu hier falle ich will sehen was das kann hm ok sieht aus wie gefesselt auf dich Angriff geht mal nach vorne hier Angriff tschüss das will keiner vergiften das kann man blind machen hm ja machen wir mal das hier schon wieder naja gut machen wir das mal so das war geiler Schaden das Jutsu bringt's voll ok schöne Erfahrungspunkte fast so viel für den Bosskampf da einer wäre Fino ok ähm hier kann man nichts machen auch wenn die Wand braun ist nee das sieht nicht so aus gut gehen wir weiter zwei Typen ähm ja kommt mal her ups ups das war Fail ich hab jetzt irgendwie gepennt und dann noch in die falsche Richtung gedreht egal dafür braucht's weniger Chakra wahrscheinlich war jetzt auch nicht zu verachten überhaupt nicht machen wir mal das hier ich kann nicht ich kann nicht hier haben dass es so schwach ist schwächer ist der normale Eingriff das hat deswegen Sinn ich verstehe das nicht ganz ähm so hm naja was soll's äh ähm ja so irgendwie nicht au so gehen wir nach vorne okay von normal an okay okay ich nutze normal an aber es ist gar nicht so schlecht ähm was ich jetzt noch machen wollte ist doch mal die Formation zu verändern okay ich stehe mal da hinten ich stehe mal nach vorne ich stehe mal ich stehe mal ich stehe mal in die Mittlerreihe okay dann wollen wir doch mal hier weiter durch Schnee und Eis laufen ach ne wie dumm hm naja mit dem Wirkugang kann man das dann hell machen so dann mal los wow ist das schneller als sonst fuck das war fail das hat mich jetzt überrascht ja komm nochmal schafft so okay schon ist es hell gut ähm ja es gibt irgendwelche pillen irgendwelche pillen ja wer weiß was für welche na gut was soll es ähm okay was mit dem Master hm nur ein Gegner außer normalen Griff trifft alle Gegner irgendwie noch ein Nachschaden hm okay Level Up für Hinata haben wir eigentlich nicht in der Tat aber was gelernt wo wir eben den bei den Level Up davor von 25 auf 26 das muss ich gleich mal überprüfen Sakura hi mal aha Jutsu 2 ja das ist okay so das ist ein Seil okay da gehen wir mal hin was soll ich auch sonst tun schon wieder äh wie langweilig dann nach vorne was zu mehr schauen wenn du vorne stehst hm ich glaube ja okay so fest sind die Slinge nur gut ich habe keine Ahnung ups ich war eben oh da steht jemand mal wieder Hasen breif an hm hier bietet sich gerade was schönes an genau das hier wenn es sich anbietet dann nutzt es sich auch das ganze logisch oh was ist los wie gesagt weniger Chakra verbrauch also ist das okay ein Hase hat schon bye bye gesagt gut da brauchen wir noch hier das schöne Jutsu und tschüss 28 und ino hat hier den gelernt okay dort sind Kisten die komme ich wahrscheinlich später noch was sagst du mir was machst du hier warum stehst du an so einem kalten Ort das ergibt keinen Sinn oh er sagt was mit Rasingan bringst du es mir bei Lineacard ähm okay ich habe da aber ist das welche Lineacard die ich vorhin bekommen habe ja ist ja okay ach halt bloß die Klappe halt mal Lineacard Start oder was ist das das kann ich hier Lineacard gehen wir mal auf Naruto ja hier sind ich glaube es Lineacard ähm menu zu status aber hier steht nichts von menu zu menu card äh doch hier naja aha was haben wir hier noch ach soo ok ich halte die Lineacard werden ich will überhaupt nichts gebrauchen das ist das was wir jetzt eine zeitgegur gegen bestimmte elemente geben sozial teamwork und füllen nicht ok das hier ist gar nichts also kann ich alle Dinge hier ausfüllen machen wir hier dann machen wir hier was in gun hier kann ich nichts mehr nehmen ähm ähm ach so das liegt ach so ach so ja ich sehe dort die Punkte 100 und prasengegang hat mir grad 100 gekostet ja genau darum geht jetzt so nix anderes mehr das heißt er lernt das jetzt oder kann es schon das würde mich jetzt auch mal interessieren gut dann verteile ich noch ein paar kurz paar Ninja Karten ach du hast schon das sind alle schon in der Karten du hast ist immer noch was frei ähm ich weiß nicht mehr was das macht kostet zu viel ja hier in der Eisgegen machen auch mal gebrauchen hier mal noch einen Wasserschutz was ist eigentlich das okay genau oder nö warum auch Minicard zu ok mach mal dann das mal und für den Rest reicht es wahrscheinlich nicht mehr hast du schon ne das auch schon welche warum nicht grad viele naja da sind auch bestimmte Karten wie ich grad sehe dann lernt ich mir das was ist mit dir was ist das Teamwork ok ok da haben wir nix machen wir hier noch Speedup ähm du hast Shui Defense Up aber dafür reicht es nicht dafür reicht es ok ähm du hast was ist ach so das ist vielleicht die Fähigkeit das er immer schon Speedup hat am Anfang hm da haben wir nix ja ich meine Feuers warum nicht und Chino noch da haben wir nix Defense Up kann ich dir geben dann hier ok dann jetzt nur ne eigene Sache ähm Member da würde ich jetzt Naruto reintun damit ich gucken kann ob der jetzt auch schon was hinbekommen kann nur dass er irgendwie noch erstmal lernen muss so gut danke Typ du hast mir sehr geholfen ähm so und so und ich wechsle wir mal gegen Naruto kannst du Strashingan ja kann er kostet aber 100 und er kann es jetzt auch so und konnte er noch nicht machen kann es eigentlich was ich Topping machen muss ich habe da was in Erinnerung was jetzt kannst du jetzt hattest du nicht genug Chakra dumm Chakra Pille hier wer mal ab Naruto noch mal dran kommt ja ist gut du kann er nicht gehen war jetzt Naruto wieder dran jetzt oh ja jetzt wird es gehen Leute ich glaube das Spaß mache ich mir einfach mal das da unnötig ist man muss wirklich erst die Doppelgänger machen ok drehen natürlich das war klar wow wow die Zeit geht vollsam schnell rum ok wir können das untere Bild sehen ok und schön schaden das auf alle gegner ja schaden neuer jutsu fischino cool aber auf jeden fall jetzt kann Naruto das rasen gern sehr interessant ja ich finde das interessant und Naruto kommt raus mit der kommt nach Chakrat da bringt der fast nix ähm ja Shikamaru ist ein bisschen weit hinten darum nehme ich ihn wieder rein ok so das wäre geklärt nein ich fühle mich jetzt noch mal kurz eine Heilung bin nicht schlecht jutsu sakura nochmal skype nochmal haiyutsu 2 so kipp auch was nur effekt ja ok ähm bei Shino reicht ein haiyutsu der wäre eigens so ähm die kisten mache ich jetzt mal noch auf das wusste ich gar nicht mit den karten aber wo ich konnte rasseln gern das weiß ich da wusste ich es doch mal hab es auch vergessen wie dumm hier bitte sehr so ja das passt auch wieder schön lalala lalala so war rassig an ging ist aber echt irgendwie schwer das drehen naja gut oh das war schon bayern und bayern koffe so ok das gold ticket was ist das denn jetzt gut ihr penner hört auf mich zu nerven ja man machen wir noch mal bildet sich gerade wieder so schön an oh shit ich hab einen schlechten start genau den ersten bike noch voll gekriegt kann beende schino tschüss hm ok so leute bevor ich hier weitergehe soll ich sagen das war es mal wieder für den part das soll jetzt reichen und ja beim nächsten machen wir dann hier weiter ich hoffe euch hat dieser part gefallen sehen euch dann das nächste mal wieder schau und bis dahin